Herzlich Willkommen auf Claudius Welt Wir haben 8.11 Uhr und ja jetzt werde ich ein bisschen wach oder chill noch ein bisschen dann stehe ich auf und dann werde ich mich gleich dann jetzt 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 so leute nach den handy anzeigen wie ihr gesehen habt vom handy haben zu sagen ich laufe jetzt los aber es habt ihr ja gerade mitbekommen mit dem handy genau ich laufe heute wieder auf fünf kilometer und dann werde ich mich nachher gleich wieder so leute zwei kilometer habe ich ein kilometer habe ich hinter mir und ja ich werde mich nach zwei kilometern wieder so leute jetzt habe ich zwei kilometer hinter mir und ich werde mich nach zwei und halb kilometern wieder so die zweieinhalb kilometer habe ich jetzt hinter mir jetzt dreh ich um und dann werde ich mich nach drei so leute ich habe jetzt drei kilometer hinter mir und ja mehr nehmen mich dann gleich wieder so leute ich habe jetzt vier kilometer hinter mir und ich melde mich wenn wir wieder wenn ich wieder zu hause bin so ich bin wieder zu hause jetzt geht's tusten und dann merke ich mich dann gucke ich hier und dann merke ich mich nachher wieder ok leute das war's für heute bis morgen dann und ciao